Die Medienkommission der Schweizer Bischofskonferenz vergibt den diesjährigen katholischen Medienpreis an den Nahost-Korrespondenten des Schweizer Fernsehens André Marti. Kat.ch traf ihn für ein Gespräch im Gebäude des Schweizer Fernsehens in Leutschenbach. Da sich André Marti zurzeit in der Schweiz aufhält, nutzt er die Gelegenheit, seiner Arbeitskollegin, der Tagesschau-Moderatorin Katja Stauber, im Regieraum über die Schulter zu schauen. André Marti, herzlichen Glückwunsch zum katholischen Medienpreis. Was bedeutet er Ihnen? Das ist die Anerkennung, dass der Korrespondent des Schweizer Fernsehens im Nahen Osten versucht, den Nahen Osten nicht ganz aus dem Augenmerk zu verlieren. Ich denke, es ist ein bisschen ein Push, wenn Sie so wollen, für die Nahost-Berichterstattung. Im Palästina-Konflikt gibt es verschiedene Parteien, die diese Information verbreiten. Da stellt sich die Frage nach der Wahrheit, was wirklich ist. Wie finden Sie heraus, wer wahr spricht? Wir müssen, so schmerzhaft das auch ist als Journalist, wir müssen akzeptieren, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt. Wir können versuchen, Propaganda-Bemühungen, die von allen Konfliktparteien immer professioneller durchgeführt werden, möglichst transparent zu machen. Und mittlerweile würde ich sogar so weit gehen und sagen, wir Journalisten müssen uns und den Zuschauerinnen und Zuschauern ab und an eingestehen, Wir wissen nicht, was wirklich geschieht. Transparenz, Transparenz, Transparenz und im Idealfall Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause vor dem Fernseher zum Mit- und Nachdenken anregen. Weil beispielsweise der letzte Gaza-Krieg, der israelische vom Dezember, Januar, deutlich gezeigt hat, dass die Propagandamaschinerien dermassen professionell geworden sind, dass es ein Ding der Unmöglichkeit geworden ist, mit rein journalistischen Mitteln herauszufinden, was wahr ist. In der Schweiz wird derzeit diskutiert, dass es in islamischen Ländern zur Diskriminierung von Christen kommt. Sie haben einen Dokumentarfilm mit Bischof Paul Hinder gedreht. Da waren Sie in Abu Dhabi, Dubai und anderen Orten. Würden Sie sagen, da gibt es auch diese Diskriminierung? Wenigstens im Film kommt es so rüber. Die Ausübung der Religion, und um das geht es letztendlich, sagt Paul Hinder zumindest, ist tatsächlich eingeschränkt. Aber es ist nicht so, dass es eine physische Verfolgung gibt. Nun ist das, denke ich, immer auch eine Frage der persönlichen Wahrnehmung. Wenn Sie sich verfolgt fühlen, weil Sie sich beispielsweise nicht mit einem Kreuzzeichen am Revers präsentieren können, wenn das Verfolgung für Sie ist, ja, das ist so. Nun sagt aber Paul Hinder gleichzeitig ebenso deutlich, dass es ihm als dem Bischof von Arabien eben nicht darum gehe, anhand von Symbolen quasi in die Diskussion einzusteigen. Also die Frage ist nicht so sehr, darf ich einen Kirchenturm bauen in Saudi, in Oman, wo auch in der Sonne, sondern vielmehr, kann ich meinen Gläubigen eine Plattform bieten, der Begegnung, wo sie sich zusammen eben treffen und ihre Gedanken, das Gebet beispielsweise, auch teilen können. Und das ist je nach Land unterschiedlich gehandelt. Was für Erfahrungen haben Sie beim Dreh in Dubai und Oman gemacht? Unglaublich, unglaublich starke Beziehung zwischen den Menschen und ihrer Religion. Volle Kirchen, eine tiefe, tiefe Identität, die sich manifestiert in diesem Gang zur Kirche, der für viele Stunden in Anspruch nimmt. Also es ist nicht einfach wie in der Schweiz, Österreich, Deutschland, schnell ins Tram, Strassenbahn oder was auch immer sitzen und dann sind wir in der Kirche und alles ist okay. Diese Leute leben ein sehr intensiveres Leben. Es ist nackte Armut beispielsweise, eben auch sehr, sehr häufig sehr, sehr sichtbar. Und dort versucht die Kirche mit ihren sehr beschränkten, aber dennoch vorhandenen Mitteln eine Art Brücke zu bauen. Ihre Arbeit als Naos-Korrespondent, worin unterscheidet Sie sich von Ihrer früheren Arbeit in Italien? Damals war es Berichterstattung über Pizza-Weltmeisterschaft, sehr viel Vatikan-Berichterstattung, dann noch ein bisschen über den schon wieder amtierenden italienischen Ministerpräsidenten Berlusconi, dann wieder ein bisschen Papst, wieder ein bisschen Berlusconi, wieder ein bisschen Papst, etc. Ich denke, die Naos-Berichterstattung ist eine wirklich sehr, sehr politische, manchmal vielleicht sogar zu politische Berichterstattung. Was gibt Ihnen die Kraft, um im Alltag, in diesem Job als Ausland-Korrespondent weiterzumachen in dieser Situation? Wenn Sie sich verabschieden von der Idee, dass Sie etwas bewirken können, wenn Sie akzeptieren, dass Sie eine Informationspflicht haben, dann hilft das sicherlich. Und dann, so banal es halt tönt, es geht um die Menschen vor Ort, es geht um Israeli, welchen Glauben sie auch immer sind, es geht um Palästinenser, egal welchen Glauben sie sind, um diese Menschen geht es. Schauen wir hin und schauen wir nicht weg. Akzeptieren wir, dass dieser Konflikt uns direkt betrifft und dass unsere Strategie des Verdrängens mittel- und langfristig nicht funktionieren wird. Und deshalb bin ich dort und deshalb versuche ich, Informationen anzubieten aus dem Leben der Menschen im Nahen Osten. Vielen Dank.